Dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven, denn die Gameplayerin fährt Autorennen und Motorradrennen und Bootsrennen und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut, aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Oh, dieser Wichser hat mich abgedrängelt, der Milton schon wieder. Ich versuche, den ein bisschen den Rücken freizuhalten. Ich weiß noch nicht, wie lange es geht. Probier alles. Oh, nee, der trifft halt. Oh, nee, das war's. Oh, nee, das war's. Oh, nee, das ist so. Untertitelung. BR 2018 Ronny! Das ist ja super. Was sagt das nochmal, wenn die Zeit durch ist? Vor allen Dingen knall ich über entgegen, aber... Ja, so bei bestimmten Kurven, weil ich weiß, dass es einfacher ist, wenn ich gegen knalle und dann mal kurz Nitro drücke, als wenn ich da an der Kurve jetzt, keine Ahnung, fahre. Eine Runde noch, glaube ich, ne? Nein, die letzte. Nein, warum bist du denn jetzt da durch? Ich habe gerade das angefangen. Du hast gerade jetzt angefangen. Ja, die Runde. Aber die anderen sind hinter mir. Nur 90. Der Scott ist so nah bei mir gewesen, aber du bist anscheinend, du hast eine ganze Runde hinter mir, ne? Ja, und die anderen sind nochmal hinter mir. Komm, 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 komm! Aua! Aua! auch scheiße man das war so eine 0,3 sekunden oder sowas bevor ich da durchgefahren ja leckt mich am arsch aber die ist normal aber ganz ehrlich ich würde mal gerne ein zwei videos oder so von dir wo du wie bremst und so weiter ich meine dann dann wagen ist ja sowieso jetzt rechts oder links hatte was soll jetzt stich werden soll ja du hast mich schön blockiert gerade ja jetzt auch gesagt du brauchst eine ausrede ist nicht erst ja mal das war der andere wenn ich gerade so dämlich war ja schon hat unsere bremse ein bisschen war aber doch nicht so wohl bremsen was ist das vor allem du darfst nicht zu viel bremst die scheiße und das mit dem controller ist irgendwie eine sache für sich finde ich also ich habe immer den eindruck der bremst zu viel oder er bremst dann gar nicht ja ich bremst gar nicht deswegen ja gut das ist schön man kann das eigentlich sagen der bremste steige aber manchmal muss man bremsen nein deswegen nicht aber ich höre ja immer die strecken fährt man ja sowieso in der regel nur mit vollgas und ich denke ja das mache ich ja sowieso scheiße ja gut die sache ist ja die je weniger sein auto power hat je mehr kannst du vollgas fahren wenn du hinter dir eins hast wo das dann nicht mehr geht ja aber ich merke es ja auch schon ganz extrem dass es schon eigentlich nicht mehr geht um vernünftig durchzukommen also du wirst durch das reinknallen wenn dann irgendwann mal reinknallt wird das unruhen vom fahren und das ist auch nicht schnell du musst halt immer wieder gas geben wenn du hinter wenn du so bleibst dann dann lass ich dich am ende vorbei aber da musst du gucken wie weit ist die diana weg von dir direkt hinter mir moment sehe ich so eigentlich nicht ich hab nur stellenweise echt probleme zu gucken wie die strecke gerade ist dann guck ich immer unten drauf und dann ist natürlich so moment guck ich unten drauf und dann siehst du oben oh scheiße du rast hat gegen eine wand weißt du so 65 prozent habe ich 59 Prozent ok das war ein bisschen zu schnell eben war ich doch gar nicht so schnell jetzt habe ich die 65 ich hab 79,80 jetzt das heißt das ist die letzte runde aber ich will ich mach das eher vorm Ziel weil sonst nicht das andere noch vorkommen wenn ich mal ganz blöd überholt werde dann schreie ich laut 82 Prozent 92 Prozent ja jetzt ist doch direkt dahint ich ziele ja da ist ich ziele ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg 92 Prozent ich bin auf dem Weg ja das war jetzt ein bisschen blöd dass ich der Nito gemachte ich dachte das wäre die Endgerade 96 ich bin auf der Grab komm mal fahr durch gut ah ich muss ja noch bremsen ich bin zweiter ja 292 habe ich und hier sind 220 empfohlen muss man rechts oder links wahrscheinlich bin ich wieder rechts von hier links ich dachte das ist direkt hier was ist das denn nein da vorne ja toll nicht mehr hinten rein fahren ach voll daneben fahren ja ich wollte noch innerhalb der Zeit da sein das ist ein Fake Rundkurs aber die Strecke kenne ich jetzt gar nicht das ist der Rundkurs aber mit einer also hier ist nur eine Kurve drin das andere ist ins Infield kommt wieder hinten rein also du hast hier die halbe Runde und dann nach hinten musst du gleich ein bisschen Zugsack fahren scheiße ja ich sehs aber das ist aber der ist ziemlich hart aber das ist ein Rundkurs im Endeffekt nur das der nicht ganz rund ist auf der einen Seite ja der Rundkurs ist auch mit auf der Strecke hier den haben sie nur jetzt praktisch ja ok es ist kein Rundkurs ich seh schon die kommen immer wieder aus dem Rundkurs raus wo dann diese Vollgas Strecke damit er echt mit der Kurve auch wieder fast voll fahren kann so schauen wir mal dann sehen wir mal das ganze Gute sehste ob das Links noch eine Kurve ist bzw eine Kurve nach Links das meine ich ich bin immer viel zu weit die Kurve am Rhein zu büllen Boah, das war jetzt richtig scheiße, Mann, ey. Der hat aber, der Sack hat sich ja wirklich, ich hab ja, weißt du, wie das, ich weiß nicht auch, wie das gekommen ist. Na, erzähl ich gleich mal. Ja, das ist immer so beim Fahren und gleichzeitig reden. Jetzt nicht. Ja. Genau. Jetzt bin ich nicht auf die Porke reingefahren, eingefahren. Ich hab auch. Du bist aber schon weiter vor mir. Ja. 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 Ja, das ist ja jetzt die normale Stufe, nicht mehr die leichte Stufe. Das ist schwer. Ich weiß, was ich meine, die normale Meilenweitfahrer, ich darf nicht gucken, ich weiß, ich weiß. Aber wenn du durchfahren kannst, fahr durch. Ja, wir sind ja noch von der Hälfte gerade durch. Ja, nur, dass du dann nicht wartest oder so, weil wenn ich einen Fehler mache oder so, den richtigen, dann sind die mir dermaßen am Arsch wieder. Ja, das sehe ich ja dann und dann kann ich ja kurz vorher noch durchfahren. Fuck! Bei so einem leichten Ding kann ich hier gerade mit der Kurve ab. Ist nicht euer Ernst, oder? Scheiße! Platz hier, Schabby! Den hatte ich glaube schon, oder? Das ist schon ähnlich. Komm schnell! Oh, fuck! Nein! Hey, einmal bricht dieses Scheißding aus, Mann! Du bist aber noch Zweiter, ne? Na, aber nicht mehr langer. Doch, komm, fahr, fahr, fahr! Ich warte hier auf dich! Das ist riesig! Fahr, fahr, fahr! Einfach so! Der war direkt hinter mir! Fuck, ich glaube, ich bin noch Zweiter geworden! Ich habe nicht damit gerechnet, dass du jetzt hier gewartet hast! Ich habe ja nicht damit gerechnet! Sag mal, drei Leute hintereinander haben mich reingekracht, die Wichser! Boah! Guck dir mein Auto an! Nur weil die da reingefahren sind! Weil die zu blöd waren zu bremsen nach dem Spiel! Deine Scheibe ist... Nein, warte mal! Guck mal hier! Das war nie! Ach du Scheiße, ist es verbeult! Ja, da sind wir drei Autos gerade nach dem Spiel noch reingefahren! Ja, geil! Guck dir das an, ey! Die will ich verklagen! Echt! Union Berlin! Was habe ich gelesen? Untote in Berlin! Aha! Wer spielt gegen Union Berlin? Hier! Heute? Haben gespielt! Ich glaube, halb halb war das... Halb halb sechstes... Halb halb... Heute ist ja am Sonntagsspiel! Das ist doch jetzt immer 8.30 Uhr! Jetzt kannst du all das testen, was ich dir beigebracht habe! Das ist ja eine andere Strecke! Sag mir das doch! Das ist eine andere Strecke! Das ist ja eine andere Strecke! Sag mir das doch! Das ist eine andere Strecke! Das macht mich aber total nervös, wenn ich die Strecke überhaupt nicht kenne! Weil ich dann natürlich in den Kurven rauskomme, weil ich keine Ahnung habe, ob er eine Kurve kommt! Und ich kann da nicht gleichzeitig... Ja, geil! Jetzt muss ich mich zurücksetzen! Das bringt gar nichts! Nicht zurücksetzen! Auf diesen Strecken! Weil da verlierst du ja nur! Bist du rausgeflogen? Ja, sofort! Ja, raus! Weiterfahren! Wir müssen weiterfahren! Nein! Ist das dein Ernst? Nein! Ich habe gedacht, es wäre eine andere Kette! Dieser beschissene Scott, ne? Ja! Wenn du die Strecke Null kennst! Ja! Ja! Der haut dich immer dermaßen raus! Ja! Ja! Das ist auch die Herbststrecke, die ich hatte mit ihm! Da habe ich eine ordentliche gekriegt auf Ass, glaube ich! Das hat mich so angekoppelt! Ich habe es so oft probiert! Das wird gleich wieder der Fall sein! Ich glaube, das war eine Strecke! Ich kann die nämlich nicht! Die ist so oben rum! Zu fahren! Ja, das ist die! Ich fahre durch, weil Scott ist zweiter! Ja, ja! Fahr! Ja, ja! Wenn ich war mit den Nadiemenspiegel bin ich schon froh, dass ich wieder übter will! Das ist aber normal. Aber das Problem ist, dass die Strecke nicht weit ist. Also mir gefällt es überhaupt nicht. Achso, das war es schon? Mhm. Und diesmal kriegen sie es mal auf die Reihe, um mich rumzunehmen. Um zu fahren. Mhm.